Wir sind hier im Comforama, müssen wir kurz ein Soundcheck machen. Duka kann auch ein Soundcheck machen. Hallo, hallo, wir sind hier im Comforama. Wir sind hier im Comforama. Eins, zwei, eins, zwei. Dann hat man erlöst. Hallo, hallo, hallo. Sie kommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sprechen heute nicht über eine neue Köln, sondern über die neue Krakos-App. Big Rocks! Yeah! Rock'n'Roll! Wir testen heute was, Herr Esbach? Wir testen heute die neuesten Kaffeemaschinen, die Krups. Wir können so ein Telefon benutzen. Hallo, wir nehmen das Telefon. Dann legt man das so her. Dann kann man grösser. Kann man da auch noch telefonieren? Hallo, eins, zwei. Ja, ich bin da. Ich bin gerade am Telefon. Es tut mir leid. Ich bin gerade in einer Demonstration. Ade! Hey! Noch die Endwertung müsste ich für dieses Produkt haben. Wie viele Sterne von sieben? Fünf, oder? Ja, 0,4. Aha, ok. Wir gehen zurück ins Studio, oder? Bis zum nächsten Mal. Wir gehen zurück. Ich habe einen Teil von der Karte von der Karte. Der Karte ist, dass wir in der Karte zu kommen haben. Vielen Dank.